Ich bin Maria Vitulano und ich bin Mieterin vom Eire Flamenco, der Flamenco-Schule auf dem Zygbus-Areal und bin noch Mitinitiantin vom Open Door und zwar zusammen mit Katja Meier, mit dem Kriegel Bossert und Maria Matza. Vielseitigkeit auf dem Areal und das ruft auch nach Kultur und nach Arbeit und nach miteinander etwas kreieren. Vielleicht ist es auch eine Geschichte, die da drauf ist, aber ich denke auch die verschiedenen Artigen von Leuten. Wir sind alles ganz unterschiedliche Menschen auf dem Areal und das macht es eben spannend. Ich habe vor etwa 20 Jahren hier in der Bottega Flamenco getanzt mit einer guten Freundin von mir, Susanne Helbling. Wir haben alle Monate Flamenco gemacht und irgendwie habe ich immer gefunden, da ist es so cool, das Areal mit dem, mit dem da hin und ich habe gar noch gar nicht in der Abung gewohnt und dann habe ich immer gewusst, wann ich mal da rüber zu hügel, dann da und dann habe ich in meiner Schule. Auch meine Schüler haben gefunden, dass es das Stück Hausareal und das ist irgendwie so entstanden, auch mit dem Open Door. Das sind so viele Menschen, die wir gemerkt haben, da drauf muss tanzen und noch mehr Kultur entstehen. Wir wollen den Kulturschaffenden und allen, die verrückte Ideen haben und Sachen wollen kreieren, die Türen aufmachen. Unkompliziert. Unkompliziert und das darf natürlich auch fast nichts kosten, deswegen, das ist uns ein Anliegen, weil Katja wie der Kriegel, wie auch Maria mit der Unterstützung, wir sind alle auch Kulturschaffende, die auch immer am Strampeln sind und das, dass man das in allen wollen und das ist unser Beitrag. In dieser Zwischenzeit haben wir so einen Platz gefunden, dass die Leute wissen, da entsteht die Kultur im Open Door und ich freue mich, dass wir dann weiterarbeiten können in einer renovierten, umstrukturierten, angenehmeren Form, aber dass wir weiterwirken können für das freu mich. Das freu mich.